Zum ersten Mal auf dem Surfbrett das Gleichgewicht halten, ist nicht leicht, macht aber Spaß und die Menschen von Fehmarn lernen die Flüchtlinge besser kennen. In speziellen Kursen können sie jetzt Windsurfen, Paddeln und Segeln erlernen. Er hat gesagt, rings und rechts, rings und rechts, aber sehr gut. Sehr schnell, ja, because we have so good wind today. Um mit den Flüchtlingen einfacher in Kontakt zu kommen, hat eine Wassersportschule diese Kurse organisiert. Wenn man hier aufs Wasser geht, auf die Ostsee, dann bleiben wirklich alle Alltagssorgen und der ganze Stress und alle Ängste an Land zurück. Man ist so sehr in der Situation, auf die Situation konzentriert, dass das den Kopf völlig befreit. Wenn die Männer und Jugendlichen Gefallen am Wassersport finden, können sie auch weitere Kurse besuchen und in diesem Teamsport auch für Wettbewerbe trainieren. We can find any good friend, any good family. Es ist so schön, wir finden hier neue Freunde, man kann abschalten, herrliches Hobby. Und die Fehmaraner wissen nun auch etwas besser, wer die neuen Nachbarn eigentlich sind. Auch gemeinsam über Missgeschicke zu lachen, das schafft Vertrauen. Die Flüchtlinge so vergnügt zu sehen, ist für die Segellehrer ein schöner Moment.